Deutschland hat schlussendlich doch wieder eine Regierung. Angela Merkel ist zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt worden. Sie wird trotz anfänglich großer Widerstände der Sozialdemokraten wieder mit einer Großen Koalition regieren. Kleine scheint es aber immer noch zu geben, denn bei ihrer Wahl heute haben überraschend viele Abgeordnete der Großen Koalition gegen Merkel gestimmt. Es war knapp, aber es reicht. Angela Merkel wird zum vierten Mal gewählt, mit nur neun Stimmen mehr als erforderlich. Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. In der eigenen Fraktion wird sie gefeiert. Beim Koalitionspartner SPD ist der Applaus verhaltener. Martin Schulz ist nur mehr Zuschauer. Auf der Tribüne zum ersten Mal auch Merkels Ehemann. Diese vierte Wahl wird wohl ihre letzte sein. Bei der Kanzlerwahl ist eine so hohe Zahl von Abweichlern schon ein sehr deutliches Signal der Unzufriedenheit. Dann geht es weiter zur Angelobung zum Bundespräsidenten. Es ist auch seine GroKo. Er hat die SPD überredet. Nach sechs Monaten hat Angela Merkel endlich ihr Regierungsteam. Jetzt muss sie testen, wie verlässlich es ist. Die lange Wartezeit hat auch Europa gelähmt. In Paris sitzt ein ungeduldiger Präsident Macron, der gemeinsam mit Angela Merkel europäische Reformen voranbringen will. Doch auch da haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Nach der jahrelangen deutschen Dominanz drängt jetzt Frankreich stärker in die Führungsrolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017